Moin moin, herzlich willkommen zu Let's Go Evoli mit einer neuen Aufnahme und dem fantastischen Floui. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu krank an. Ich bin leider ein bisschen Eck-Helte, tut mir leid. Gut, also wir spielen dieses fantastische Spiel weiter und wir haben gleich den ersten Kampf. Hast du auch gerade Urlaub? Floui, machst du auch Urlaub? Nee, ich mach keinen Urlaub. Ich kann mich gar nicht zurückerinnern, wann ich meinen letzten Urlaub gemacht hatte. Genau, Urlaubs sind was für Noobs. Ja. 24-7 Arbeiten, das ist das wahre Leben. Ja, sowieso. Machen wir hier ja gerade, ne? Es ist ja auch harte Arbeit hier. So. Wir können theoretisch wechseln, aber ich denke mal, das sollte eigentlich Reitschuhe hinkriegen. Ich hoffe es. Ja, Knochenbumerang könnte wehtun. Achso, ich dachte, er hat so irgendwas anderes bösenartiges. Ja, ey. Okay, ist effektiv. Ja, gut. Ich hatte so ein bisschen mehr erwartet von Reitschuhe gerade. Na, ich hatte ja eh gesagt, Reitschuhe hat eine schlechte Defense. Amit surfer sollte es weg sein. Kapador Surfer! Kapador! Kapador! Ja, das könnte durchaus... Ne, ich glaube in der letzten Folge, in der vorletzten Folge hatten wir Galoppe schon mal kurz im Team. Also beziehungsweise im Spiel. Ja, wir haben gleich von Anfang an Galoppa reingetan und nicht Punita, ja. Weil wir ja damals Galoppas förmlich in Serie gefangen haben. Hm. Äh, Feuersturm. Ich war gerade ins Schwanken. Okay, ich hätte lieber Flammenbruch gemacht. Ja, aber hey, Feuersturm reicht auch nicht. Hm. Wer siehst du? Und du Flora wird jetzt... Verbrot wird. Okay. Wird eigentlich ein schönes Du Flora im Spieß haben. Aber naja, dann heißt nicht. Ach. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. So, Knuddelhoff. Das ist ein Job für Bolt. Ja, stimmt. Interessanterweise bei einer der Aufnahmen, also wenn Bolt in der Regel so was wie Giftieb einsetzt, ist das gerne so, dass meine Aufnahme sagt, ne, das wollen wir nicht. Was? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. War zweimal schon so. So, wir machen es trotzdem Giftieb. Das heißt, eine Aufnahme war einfach mal nö. Aber es läuft noch. Ja, natürlich, definitiv. Ja. Paralyse? Ja. Diese Nebeneffekte werden immer ziemlich nerviger in dem Sinne. Es ist vollständig paralysiert. Ja, wenn schon dann richtig. Ich weiß doch. So, versuchen wir es nochmal. Ja. Gut. Saug es aus. Genau. Friss es auf, saug es aus, wie ein Eis. Wie ein Eis? Ja, wie ein Eis. Es gibt ja beim Eis die Schlecker und die Beißer. Oh. Du kennst keine Gnade. Es gibt die Leute, die Eis schlecken und das Eis beißen. Was hat das mit Saugen zu tun? Na ja, die Schlecken. Ja. Ich glaube nichts. Absolut. Ach ja, stimmt. Wir reiten auf Carpador. Ja. Ja, Pokemon Go wollten wir ja immer noch verbinden. Hm. So, Medizintasche, Beleber. Wir haben schon belebt. Ja, ja, ja. Ähm. Paraheiler. Obwohl, na ja, Bolt brauchen wir Bolt jetzt für den. Na doch. Wenn da irgendwelche Wasser-Pokémon gleich kommen. Und den Supertrank. Ja, nicht so geizig mit deinen Items. Doch, ich bin's schon immer gewesen. Na doch mal ein bisschen guterisch. Weil, ich hätte einfach vorbeischwimmen können. Cool. Wenn ich mich so von den Wellen treiben lasse, fühle ich mich wie ein Wasser-Pokémon. Ich fühle mich nie wie ein Wasser-Pokémon, wenn ich im Wasser bin. Nicht? Noch nicht mal wie ein Carpador? Haha. Wenn ich nicht schwimmen könnte, dann würde ich mich wie ein Carpador fühlen. Ich würde auch nur die ganze Zeit Platscher, Platscher machen. Ja, Carpador. Fühlt hatten wir aber in der Arena stärkeres, ne stärkeres Lamos, oder nicht? Wo kommt mir das raus? Ich glaube das Lamos war alle bevor. Ja, kann durchaus sein. Die Psychokinese macht natürlich sehr wenig Schaden. Es würde mit etwas anderes kommen. Ja, sollte. Sieht aus, als wäre ich dir von den Haken gegangen. Auch an den Haken gegangen. Haken auf dem Haken. Aber ich kann hier theoretisch mit Garadaus wirklich durchschwimmen. Ich will jetzt mal testen. Jo. Die haben kein Interesse an mir. Oh doch, er hat Interesse an mir. Hallo Schwimmer. Er möchte Carpador's Bauch wahrscheinlich kraulen. Oder auffuttern. Oder beides. So ein durchtrainierter Körper wie meiner sieht man selten. Gegner aber auf der Insel machst du aber trotzdem noch, oder? Natürlich. Der Guido. Etwas selbstverliebt. Mit Stami. Der Guido. Die Stami sollten wir aber sieben können. Ah. Machen wir einfach weiter so. Das soll jetzt kein großes Problem sein. So, mit einem Schlag. Da hat ja wohl jemand nicht zu lachen gehen. Definitiv nicht. Auch Kingler. Auch. Gibt heute mal Hummer. Habe ich übrigens noch nie gegessen, Hummer. Du? Ich auch nicht. Auch wenn ich am Norden wohne. Nee, Hummer habe ich noch nicht gegessen. Ich habe schon mal Schnecken gegessen. Echt? Du hast Schnecken gegessen? Ich habe mal Schnecken gegessen, ja. Das war irgendwie... Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Also geschmackstechnische... Ja, wollte ich erwarten. Ja. Geschmackstechnisch ist das ungefähr so, als ob du... Als ob du so deine Schnodder, die du da hast, so hoch ziehst, dass es im Rachen runterläuft. So schmeckt es ungefähr. Voll ekel. Und dann bin ich auch noch erkältet. Ja, moin. Ja, also total jetzt, ne? Ziehst du mal richtig kräftig hoch und dann weißt du, wie man sich anfühlt. Ja, lecker. Ja. Also von daher, ich empfehle jetzt keinen da draußen. Also Schnecken? Nee. Aber es ist das exotischste, was ich jemals gegessen habe? Warte mal. Obwohl es ja exotisch ist, es ist nicht mehr... Ich habe Hirsch mal gegessen. Ich habe auch schon öfters Hirschgulasch gegessen. Weil das bringen meine Eltern öfters mal aus Polen mit. Und dann machen die daraus Hirschgulasch. Meine Großeltern haben das gerne mal aus Norwegen und Schweden... Hirsch, du mitgebracht. Deswegen habe ich das mal gegessen. Waschlappen. Bunkelpudding. Jetzt musst du ein Wort reinwerfen. Nord? Also das exotische, was ich schon mal gegessen habe, ist Känguru. Okay, das habe ich noch nicht gegessen. Ja, da gab es immer so einen komischen Laden. Und da gab es Känguru-Würstchen. Da dachte ich mir, okay, kann ich mal probieren. Und habe ich mal probiert. Schmeckte eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Was ich auch noch nicht, also was ich nicht bewusst gegessen habe. Interessanterweise essen das ja viele heutzutage Käfer. So wie Insekten und so. Ich habe letztens bei... Ohne Witz, ich habe letztens bei Kaufland gesehen, da gibt es extra sogar so Tüten, wo Käfer drin sind. Wo so schon gegrillte Käfer sind. Heuschrecken und so. Ja, also ich habe mal gehört, dass die ja eigentlich gar nicht mal so schlecht schmecken. Fünf. Aber ich könnte das nicht ähm essen. Ne. Das Auge ist halt oft mit, ne? Ja. Weißt du, wenn du blind wärst, wäre das mit Sicherheit in Ordnung, aber... Wenn du die Dinger da drin liegst. Ah, ey, da kommt mir jetzt schon was über den Rücken. Oder könntest du was essen? Weiß ich nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weiß ich nicht. Dann gehst du jedes Mal am Kaufland. Mhh, lecker. Heuschrecken. Könnte man nur durchaus heute Abend wachen. Nein. Das definitiv nicht. Wo ich sag so vorher, ey, dann sollten wir mal dringend mal machen. Heuschrecken ist. So in der 3 Runde mit den Mädels. Hey Mädels, ich habe für euch ein bisschen was mitgebracht. Und in der Schüssel ist so eine Schüssel hier. Ja. Neue Chips. Die heißen Heuschrecken. Er sagt, oh nein. Ich sag, oh doch. Oh ja. Ähm. Du hast ja gesagt, ich soll nicht so geizen, ne? Mhm. Die Supertränke können wir ja wenigstens noch verwenden. Ja. Aber halt für andere Situationen. Nicht für diese, die jetzt da war. Du hättest auch zwei Supertränke verwenden können. Ja, sicherlich. Aber die möchte ich eher für schwächere Sachen, wo wir einfach nur noch auffüllen müssen. Schwächere Sachen. Ja, beispielsweise jetzt hier. Bolt. Der könnte den Supertränk vertragen. Schwächere Sachen. Ach, der braucht jetzt momentan noch nicht keinen. Also der braucht momentan noch keinen. So. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt mal mit Lapas kämpfen. Wollte ich eigentlich auch gerade schon sagen. Wir könnten echt mal mit Lapas kämpfen. Ja. Ich bin von der Zinnoberinsel her geschwommen. Das war vielleicht anstrengend. Puh. Ja, meine Schwimmgeschichte habe ich ja schon, glaube ich, hier erzählt. Hm. Hm. Ähm. Wer das nicht weiß, der soll ein bisschen zurückblättern. So ein paar Teile zurück. Da habe ich mal eine Schwimmgeschichte erzählt. Was... Zurückblättern. Ja. Theoretisch zurückblättern. Ähm. Weil du kannst ja... Kannst ja bei der Playlist, wenn du auf eine Playlist gegangen wirst und die Videos ja nach und nach anguckst, kannst du ja zurückgehen, ne? Hm. So. Ich definitiv ist das die falsche Entscheidung. Ähm. Hm. Ja, da sollten wir lieber wechseln. Ich nimm mal Flui. Genau, nimm Flui. Erregel das. Deine Schwimmgeschichte? Haben wir die hier analysiert? Ich weiß nicht. Ja, die haben wir analysiert. Könntest du ja natürlich auch mal wieder zurückblättern. Ja, muss ich auch noch mal zurückblättern. Immer diese Kurzzeitgeschichten, ey. Ähm. Ja. Also. Wer das ganze Let's Play bislang verfolgt hat, der wird sagen, dass wir das ganze sagen, so von wegen natürlich. Warum erzählt ihr beiden das nicht nochmal? Ich sag dazu, nein, Blätter zurück. Genau, Blätter zurück. Aber Evoli kann ganz schön aushalten. Volltreffer und das bringt fast gar nichts. Evoli ist auch Level 50. So. Früher bei... Der kann auch schon... Der kann auch schon einiges aushalten. Ja, früher bei Pumper und Stadium war Level 50 so, dass der magische Moment, wo du als Trainer sagst du von wegen, okay, jetzt darf ich mein Pokémon zwar noch trainieren. Level 51. Aber danach sollte ich es damit sein lassen. Weil dann sonst ich später Probleme kriege. Wer Pokémon Stadium nicht kennt. Das war ein Spiel auf der N64, wo du deine eigenen Pokémon sozusagen gegen andere Pokémon antreten lassen konntest. Vom CPU zum Beispiel. Und da gab es bestimmte Cups. Sie sagten, was für eine Enttäuschung. Definitiv. Und da gab es zum Beispiel einen Cup, das war so, dass du da Pokémon zwischen Level 50 und 55 einsetzen durftest. Und deine drei Teammitglieder zusammen ein Level haben dürfen von 155 Maximum. Das heißt also, wenn du beispielsweise drei Kämpfe hattest, die Level 52 waren, hast du zusammengerechnet ein Level von 156. Was bedeutet, du darfst mit diesem Pokémon Team nicht antreten. Das ist natürlich doch. Ja, deswegen musstest du manchmal auch taktisch vorgehen. Sagen so von wegen, okay, zum Beispiel mein Glurak möchte ich jetzt ein bisschen trainieren. Level 55. Und die anderen kriegen dann nur Level 50. Konntest du dann theoretisch dein Glurak benutzen. Und die anderen beispielsweise, ähm, ja. Wie nennen wir mal, ich... Wir nehmen mal hier zum Beispiel Austausch in Level 50 und Labrass in Level 50 mitnehmen. Hm. So, und dementsprechend war ich dann immer so, so daran angehalten zu sagen, so von wegen, ja, Mensch, hm, Level 50, hm, sollte ich jetzt entweder aus dem Team nehmen oder nicht mehr einsetzen. Ne, weil vorher war das ja auch so, dass diese EP-Teiler, die es ja heutzutage irgendwie überall als Standardversion gibt, damals ja nicht so gab. Hm. Willst du weiter kämpfen? Ja. Ah. Sollte ich nicht, oder? Ja, doch, jetzt macht der Drachenbrot auch wenigstens guten Charme. Ich wollte ihn vorher nur paralysieren. Mehr ist es nicht. Was? Ja, das war der Plan. Machst du mal einen Plan? Ich hatte einen Plan! Der Plan hat perfekt funktioniert. Wuh! 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 Level 39. Der Bolt erreicht Level 47 und Raichu Level 45. Und die Schönheit Cassandra hat verloren. Und sie sagt, oh nein, meine Perle steckt doch noch in meinem Austaus. Solange es bewusstlos ist, kriege ich sie da nie raus. Ja, wirst du. Jetzt wissen wir, Pokémon sind nicht tot, wenn sie besiegt sind, sondern nur bewusstlos. Das war auch schon vorher klar. Ja, das, ja, aber das Spiel hat das jetzt nochmal detailliert erklärt. Da ist ein Carpador. Guck, das Carpador möchte da hinten. Noch ein Carpador. Ja, alles hier ultra viele Carpados. Schönen guten Tag. Das war auch passen. Was in letzter Zeit total angesagt ist, Pokémon zu tauschen natürlich. Louis, wollen wir Pokémon tauschen? Gerne. Ja. Denkst du mir dein Pokémon-Spiel? Ähm. Den können wir tauschen. Ähm. Ja, gut. Geowatz. Wir haben ein tolleres Geowatz, aber das ist leider nicht dabei. Lapras schafft er schon. Klar, das schafft Lapras einen Surfer oder so und dann ist es weg. Ja, sechs Level Unterschied, aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Hm. Ist ja auch eine sehr effektive Attacke. Es müsste sogar vielfach effektiv sein, also von daher. Und es war auch noch ein Kroll-Treffer. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaub auch ohne den Quidgets gereicht. Lapras hat eine sehr gute, ähm, hat sehr gute Statuswerte, von daher. Pinsier. Ja, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, ob man Pinsier auch mal Eisattacken angreifen kann. Ähm, aber ich glaube, die einfachere Variante wäre, jetzt Galopper zu bringen, ne? Ja, genau. Ihr werdet auch nicht sagen, natürlich kann man Pinsier mit nem Eisstrahl besiegen, ne? Also ich weiß, dass er in seiner Mega-Form, äh, Flug ist und deswegen wäre es sehr effektiver. Ich weiß gar nicht, wie es in seiner Base-Form ist. Ähm, nee, Eis ist tatsächlich gar nicht effektiv, also ist nur normal effektiv. Ja, Galopper ist so gut wie besiegt. Das ist schlecht. Mach mal nen Hyper-Dränky-Dänky. Ich hab jetzt Risiko gemacht. Okay, wir waren schneller. Das hab ich jetzt natürlich deswegen mitbekommen. Ich sagte tauschen, nicht kämpfen! Ich sag auch vieles und am Abschluss machen die anderen das anders. Hm. Das stimmt allerdings. Aber du sag, äh, wenn du etwas sagst, dann hältst du es zumindest im Gegensatz zu anderen Personen. Ja, wir wollen keine hier nennen. Wir haben sie hier des Öfteren schon genannt. Ja. Und verarscht. Ja. Ja. Ich glaube, er hat kein einziges Video mehr danach geguckt. Ich glaube, er ist gewesen von uns. Im Westteil der Zinoma-Insel gibt es ein Labor. Mein Vater arbeitet da. Ja. Nein. Oh. Krass. Falls er doch da sein sollte, darf er jetzt gerne in den Kommentaren... Von wegen, ich sehe es doch. Ich weiß von dem, in dem ihr redet. Natürlich von Blooperguy. Herzlich gegrüßt von dir. Ja. 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 Und Traurigkeit. Ja. Wir Son, grüßen Son, dich Son. Ja. Sowieso Son. Achja, Galoppa ist so gut wie weg. Ähm, ähm, ähm. Trotzdem Risiko mit Galoppa. Wer kommt da jetzt so? Rossana. Ähm, nee, sitzt Flui, wir haben doch Doppelkick. so entweder stehe ich auf dem schlauch oder was ist das sinnvolle bei doppelkicken mein eis psycho die eis stimmt das ist ja noch zu junger er müsste trotzdem normal effektiv machen macht gut trotzdem mal wirklich schade ist okay zweimal und dann ist er weg aber er setzt todeskuss ja sind wir jetzt verwirrt aber egal nein wir schlafen ach ja stimmt es gibt so viele küsse in dem spiel es gibt nicht bitterkuss und das verwirrt einen auf wecker dafür haben wir so sollten wir neue kaufen eventuell ist schon bei bedarf ja der bedarf ist so gut wie da wird es am zweifeln sind wir überhaupt der richtige trainer müssten die ausgetauscht werden andere würde sagen ausrufe zeigen trainer aber nicht bei dir gott sei dank nicht bei mir kommt aber vielleicht so hier schon das inselchen jawohl wir sind endlich da wir sind da wo wir hin wollten eine sehr lange reise ist endlich vorbei wir sind endlich da für den fall der fälle sollte man sollte man jeder immer jede menge items mit sich tragen bei sich tragen mit sich tragen wir wollen verkaufen und zwar was wollen wir verkaufen wir wollen das nacken verkaufen wir wollen die riesen perlen verkaufen brauchen wir nicht die brachtfedern brachtfedern brauchen wir nicht aber wir haben nur zwei hartschuppen das ist schon wenig das ist schon du willst du willst jetzt die hartschuppen verkaufen 5 aufwecker nicht 99 99 99 99 jetzt kann jedes pokum allein schlafen aber ich habe eine aufwecker dabei definitiv man weiß ja nie so ein paar reiler einen kaufen wir brauchen wir sonst noch was reicht oder ich hätte jetzt noch überlegt wegen paar mittlerweile kommen wir top tränke kaufen wie viel hyper tränke haben wir dabei top 19 ja ich war 18 haben wir gut reicht bin wundschluss glücklich weißt du was das heißt die folge ist für heute vorbei wenn du wundschluss glücklich bist so wundschluss glücklich bin ich ja nun auch wieder nicht das heißt wir sehen uns nächstes mal ist wieder wann auch immer das nächste mal das wieder ist weiß ja die heutzutage mehr das kann ja morgen sein das kann nachher sein das kann jetzt in der woche sein wer weiß wer weiß das kann auch in zwei jahren sein ja vielleicht guckt ihr den nächsten teil überhaupt nicht weil ihr keinen bock mehr auf uns beiden hat doch die muss man trotzdem bock haben sollte flui ist unten verlinkt sein kanal könnt ihr vorbeischauen und wir sehen uns nächstes mal wieder wenn ihr mögt zeitlein bis dann und ciao